Wir gönnen uns jetzt erst mal auf den Planeten hoch. Die Frage, ne? Absprungkapsel? Monolith? Handelstation ist auf dem anderen Planeten oder was? Ne, doch, könnte sogar sein. Wir gehen erst mal dahin. Vielleicht haben wir ja Glück. Das sieht mir stark nämlich nach'n... Ah, ich will noch nichts sagen. Vielleicht klappt es ja gar nicht. Wow, 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 wow. Er wollte wieder nicht landen. Land einfach. Ja. 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 das noch mit dem kobalt was wurde denn noch zu kobalt das habe ich jetzt bei zweimat was habe ich den rotz noch gemacht moment mal kurz ja wenn schon wir mal ich werde das upgrade halt schon wirklich lieb aber na gut ja 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 ich weiß echt nicht mehr woraus ich kobalt gemacht habe oder wie ich das rausgekriegt habe moment guck nochmal detorium hat ja nichts gemacht ne nein nein wo hatten wir das denn noch was gewonnen vorhin nein denn das gibt ja ich ja alle so was ich kaufe jetzt einfach kobold vorne ist eine handelsstation ich komme hier ich gehe her haben wir das fast fertig wie war das insgesamt wie war das ionisiertes kobold 55 wenn ich kobold reinpacke die brauche ich dann um zwei zu eins also weiß nicht okay schauen wir doch mal ob wir unser kobold da kriegen ein Äh, okay. Au, jetzt. Jetzt ist es wieder los. Huh. Hm. Willst du es nicht? Wollen wir hier die Leute nochmal fallen? Wollen wir hier? Wollen wir hier? Wollen wir hier? Wollen wir hier? Wollen wir hier los? Wollen wir hier los? Wollen wir hier los? Wollen wir mal los? fehlt uns halt noch ein bisschen ein bisschen Oh, die ist meine. Nein. moin ich würde was kaufen oh ha gerne knolle Wie sieht das denn aus? Wir haben ja alle nur so einen Schrott dabei. Das ist meins. Das sieht heiß aus. Das ist meins. 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 Jetzt macht man hier so ein Hackmeck und dann findet man die Sch... Nicht wieder? Oh, wow. Wie finde ich den Scheiß jetzt wieder? Das ist jetzt eine gute Frage, glaube ich, ne? Ähm, das ist denn so? Ich bin nur Kimodule, hatte ich nicht. Der verballert, glaube ich, ne? Oh, leckte gerade kurz. Hm, was machen wir denn jetzt in der Zeit? Wir könnten... Könnten, wir könnten... Hey, das ist alles voll. Ich rufe? Vielen Dank. Oh fuck, so eine Höhle ist gut. Sauerstoff. Oh. Oh. Ich weiß, dass wir vorhin irgendwas vercraftet haben und haben daraus Kobalt gekriegt und da war ich mit todesentzückt. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr, was das war. Hier ist über mir und schnellt das nicht, oder was? Dich voll verwirrt. Wobald, siehste? Ja. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020